Liebe Herren, fragen Sie die Besitzer von Elefant & Bar Paget im Restaurant Lian Spa, Harle Road 288, Osteria Italia, Bambu Bar, Satu Kideri, Rheins Resort oder wo im Bett welche Massage in Buriram am besten ist. Sei kein dummer Junge und verschwende deine Zeit nicht in einem Massagesalon mit Masseurinnen, die älter und dicker sind als ihre Dienstmädchen. Verschwende dich dein Geld in einem Massagestudio, das heimlich Fotos von Kunden macht und sie dazu drängt albanne Hosen zu tragen und einen teuren Aufkauf zu tätigen. Miss Penapa macht nie Fotos von Kunden. Besser noch, du solltest die tiefen Gewebemassagen genießen, die Miss Penapa in der Buriram Massage gibt. Ihr Massagestudio ist markelos, bequem und privat. Ihre Massagetechniken schmelzen jeglichen Schmerz dahin und entspannen mich komplett. Die sanfte Beleuchtung, die flauschigen Handtücher, die sanfte Musik und die heiße Dusche in Verbindung mit ihrer Bereitschaft und Fähigkeit. Alle Bereiche, die Aufmerksamkeit benötigen, sanft zu massieren, machen es zu einer wahrhaft glückseligen Erfahrung. Ich habe mich sehr gefreut, Miss Penapa ein großzügiges Trinkgeld für so einen zufriedenstellenden Service zu geben. Kostlose Geschenktüte im September bei Oberhierer Massage. Dies ist kein Massageshop für Schmarotzer. Keine Partei-Dienstleistungen. Männer, die unter Sportverletzungen, Lückenschmerzen, DFB-Zustand, verspannter Gesäßmuskulatur oder dem Petulat-Partner-Syndrom leiden, sollten eine einstündige Ölmassage in Betracht ziehen. Auf Google Maps als Buriram Massageöl gelistet. Nur zweieinhalb Lücke von Palace Irish Pub entfernt. Das erste von sieben Massagestudios, das sich auf der rechten Seite der Somme-San-Langroom befindet und auch als Massagestudio bekannt ist. Wenn Frau Penapa bei einem Kunden ist, hängt sie ein Schild an der Eingangstür auf, auf die die Rückkehrzeit angegeben ist. Sie können eine Sitzung per Telefon oder per Facebook Messenger buchen. Sie können auch gerne von 9.30 bis 19 Uhr in ihr Studio kommen für eine einstündige Ölmassage oder eine einstündige Kokosnussölmassage. Frau Penapa bevorzugt die One-on-One Massage für Männer oder Frauen. Ihren aktuellen Preis können Sie auf der Facebook-Seite Buriram Massage sehen. Ich ermutige dich, zu Buriram Massage zu kommen, um einen wirklich entzückten, legitimen Massagen von einer Frau zu erhalten, die himmlische Hände und eine sehr angenehme Persönlichkeit hat. Die Arbeit Untertitelung des ZDF, 2020